Hallo, ich bin der Clemens und das ist der Ersatzlandeplatz vom Brauneck bei Lenkries. Der Landeplatz hier wird von einer Schotterstraße wie von einer großen Gabel eingefasst. Eine wunderschöne, große, freie Wiese. Mit Blickrichtung nach Westen sehen wir hier das Brauneck. Wir sehen allerdings nur einen der vier Startplätze, nämlich den Umsetzer. Nicht so oft benutzt, weil die Gondelwerkstation nicht so nahe liegt, aber für kräftigen Talwind oder kräftigen Ostwind eine gute Option. Der Ersatzlandeplatz hier ist etwa fünf Fußminuten von der Gondel-Talstation entfernt. Man kommt hier über diesen kleinen Weg dann dorthin. Und das ist jetzt die Blickrichtung nach Süden. Man sieht nebenan den Drachenlandeplatz mit einem riesengroßen Windsack. Den kann man schon aus großer Höhe sich anschauen und dann entscheiden, geht man zum Original, zum Hauptlandeplatz oder doch hier zum Ersatzlandeplatz. Wenn der Talwind, der hier von Norden, das ist jetzt auch die Blickrichtung Norden, wenn der Talwind kräftiger wird, dann ist hier der Ersatzlandeplatz definitiv besser, weil am Hauptlandeplatz, der ist zwar auch in der Regel landbar, wenn man weiß wie, aber hier ist es auf jeden Fall freier angeströmt. Hier hat man nicht mit einem Windgradienten und auch nicht mit so starken Turbulenzen zu rechnen. Man findet viele Infos zum gesamten Fluggebiet und hier auch zum Landeplatz auf den Webseiten von der Flugschule Adventure Sport, die hier ansässig ist und auf der Seite des Lenkrieser Gleitschirmfliegerclubs. Da wird darauf hingewiesen, man sollte den Ersatzlandeplatz hier nur benutzen, wenn die Windsituation am Hauptlandeplatz schwierig zu sein scheint. Ja, ich denke in der Praxis wird das sehr locker gehandhabt, das heißt im Zweifelsfall, wenn man hier landet, wird das auf jeden Fall immer toleriert. Safety first. Im Zweifelsfall